Seht ihr, das ist das ganze Leben. Und dazwischen ist immer hier das Gefühl, immer hier ist das Fühlen. Das Fühlen sagt immer, ja, ja, du hast richtig erkannt, was der andere braucht. Und das zweite Ja kommt, wenn sozusagen der Impuls aus dem Willen nach oben ins Denken geht, dann sagt die Liebe, oder nein, dann sagt das Liebesgefühl, ja, das ist richtig, was du da tun willst. A, es ist richtig, was du erkannt hast im Denken und B, es ist richtig, was du tun willst. Und beides Mal sagt das Gefühl, ja. Da sagt das Gefühl, ja, da kommt das Herz zum Tragen. Immer an diesem Punkt kommt das Ja. Das nennen wir übrigens Wahrheitsgefühl, das wir auch trainieren. Das ist das Wahrheitsgefühl. Das sagt einmal Ja zum Erkenntnisurteil und einmal Ja zum Handlungsurteil.